Hallo zusammen, herzlich willkommen heute mal wieder von mir mit einer neuen Ausgabe vom Wetter.net Web TV. Und zum Wochenende hin habe ich eine sehr gute Nachricht für Sie. Das können wir uns auch gleich auf unserer Großwetterlagen-Karte einmal anschauen. Tief Sky, das zieht nun von Deutschland weg und zum Wochenende hin kommen wir in den Einflussbereich des Hochxena. Das bringt zwar wieder feucht, aber dafür sehr viel wärmere Luft zu uns nach Deutschland. Zunächst am heutigen Donnerstag sind wir noch etwas beeinflusst von einem Tiefausläufer des Tief Sky. Die Gewittergefahr, die ist vor allem im Südosten Deutschlands vorhanden. Immer wieder ziehen hier auch Regenschauer durch. Ansonsten ist es locker bis wechselnd bewölkt, teilweise auch stark. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen, die liegen heute zwischen 21 Grad an der Ems und 26 Grad in der Lausitz. Im Norden Deutschlands vor allem an den Küsten, da erreichen die Temperaturen teilweise aber auch nur 18 Grad. In der Nacht auf Freitag dann, da lockert es zusehends auf. Die Regenschauer, die lassen teils nach. Die Temperaturen sinken von 17 auf 12 Grad. Im Südwesten Deutschlands, da gibt es auch teilweise einmal 5 Grad. Stellenweise bildet sich Nebel. Ansonsten, da teilen sich Wolken und klarere Abschnitte den Himmel. Zum Wochenende hin dann, morgen am Freitag, noch etwas Gewitter und einige Regenschauer unterwegs. Am Samstag und am Sonntag dann, die zeigen sich allerdings von ihrer tollen Seite. Gewitter teilweise noch vereinzelt südlich der Donau und an der Küste, da wird es nicht ganz so warm mit Temperaturen zwischen 19 und 20 Grad. Ansonsten aber, da können wir am Samstag und am Sonntag Sonne satt genießen mit Temperaturen bis zu 29 Grad. Und damit bis zum nächsten Mal. Und damit bis zum nächsten Mal. Und damit bis zum nächsten Mal. mild